Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und heute bin ich hier für euch in Dragonflight unterwegs und soll ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir einmal unter Erkunden finden und dann Dracheninseln und hier haben wir einmal den Erfolg Drachenschuppen-Expeditionen, die höchsten Gipfel. Und was wir dafür machen? Platziert eine Flagge auf den zehn höchsten Gipfeln auf den Dracheninseln. Und dazu müssen wir aber erst eine kleine Funktion freischalten, bevor wir da loslegen können. Wir müssen einmal hier ein gewisses Renown-Level haben und zwar bei der Drachenschuppen-Expedition Minimum Renown 7 und sobald ihr das habt, könnt ihr hier im Lager von den Drachenschuppen auf den Koordinaten 4783 in der ersten Zone, die Küste des Erwachens, einmal mit hier einer kleinen Quest hier dieses Item freischalten, Expeditionsvorräte und hier könnt ihr dann verschiedenes Zeugs skinnen. Und wir brauchen einfach das allererste Kartografie-Flagge und mit dem können wir dann auf verschiedenen Gipfeln Flaggen anbringen. Wichtige kleine Randinformation, die Flaggen bringen Ruf für unsere Fraktion, also hier für die Drachenschuppen-Expedition. Deswegen, wenn ihr irgendwelchen Ruf-Buff habt, dann müsst ihr gucken, dass ihr am besten das vorher holt und dementsprechend dann einmal den Ruf-Buff vorholt und dann diese Flaggen auf den Bergen platziert. Es gibt aber anscheinend nicht 10 Flaggen, sondern insgesamt 20 und wir werden uns jetzt mal alle 20 angucken. Dann könnt ihr nämlich den Ruf noch mitnehmen und ich denke mal, das ist vielleicht im Sinne von jedem. Ich hole mir jetzt den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff noch und dann legen wir los. Dann befinde ich mich am ersten Spot und zwar haben wir jetzt den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff mitgenommen. Ich bin jetzt auf den Koordinaten 73-38 und den ersten hohen Gipfel haben wir hier auf dem Turm drauf. Und ihr seht schon, also das hier ist der Turm hier und dort haben wir dann einmal die Flagge. Die können wir anklicken. Oh, da kommt sogar eine kleine Videosequenz. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nur einmal ein Schwenk. Ja, dann seht ihr es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Also hier oben auf dem Turm stehen wir und die Flagge klicken wir an und dann kriegen wir das quasi angerechnet. Das ist jetzt relativ lang sogar, die Videosequenz. Und ich habe jetzt auch 275 Ruf gekriegt, da ich jetzt den Dunkelmond-Jahrmarkt mitgenommen habe beziehungsweise den Buff vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 55-45 und das ist jetzt auch wieder auf so einem Turm, bloß ist der ein wenig zerstört. Und ihr seht, können wir einmal rumgucken, da geht es weit ins Land runter. Also hier ganz oben auf dem Turm, das klicken wir an und dann haben wir auch schon den zweiten Hohenposten. Dann sind wir am dritten Spot und zwar ein bisschen weiter, hier auf den Koordinaten 43-62. Und da sind wir jetzt auch wieder auf so einem eher zerstörten Turm. Schauen wir mal wieder die kleine Videosequenz an. Schwenkt hier ein bisschen rum. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Dann kommen wir zum vierten Spot und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 54-73. Und ja, das ist jetzt diesmal nicht auf dem Turm, sondern dementsprechend hier so ein bisschen auf diesem Berggipfel. Dann kommen wir zum fünften Spot und zwar sind wir jetzt im nächsten Gebiet drüben, in den Ebenen von Onara. Und dort sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 57-30. Das ist auf dieser riesen Eulen-Statue, die kann man relativ schlecht übersehen. Und dort haben wir dann dementsprechend die nächste Flagge stehen. Ich zeige es vielleicht auch nochmal auf der Map, aber das muss man kurz abbrechen. Also wirklich hier ganz oben 58-30 in etwa. So, ich bin am nächsten Spot. Ich hatte einen in der ersten Zone vergessen. Der ist ganz hier hinten bei der Festung. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 28-47. Und hier ist das auf so einem ganz kleinen Gipfel obendrauf. Es ist nicht der höchste Gipfel, sondern ich würde jetzt mal sagen, der zweite oder dritthöchste. Das ist der höchste, zwethöchste und dritthöchste ist das jetzt. Hier quasi rechts von der Festung. Ich habe mich jetzt ein bisschen, oder mir hat mir ein bisschen schwer getan, da zu landen, weil es doch ein relativ kleiner Punkt ist. Teilweise bin ich durch den Berg durchgeflogen. Also da müsst ihr echt gucken, dass ihr ein bisschen drüber schwebt und dann ganz langsam runtergleitet. Sonst wird das echt ein bisschen schwierig, da auch quasi drauf zu landen und das Ding mitzunehmen. Aber sonst ist es nicht sonderlich schwer. Ich zeige nochmal auf der Map, also hier oben 28-47 in etwa. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier oben jetzt auf den Koordinaten 86-39 und zwar wieder in der Ebene von Onara. Und das ist einmal hier auf dem Turm oben. Wie ihr seht, da können wir einmal rausgucken. Klicken wir es einmal an. Da eine kleine Rundumsicht. Dann sind wir am achten Spot und zwar jetzt hier oben bei den Koordinaten 30-36 und dort quasi in der Ebene von Onara einmal auf dem Berg drauf. Das scheint hier ja tatsächlich auch der Höchste zu sein, also ganz oben an dem Gipfel ran. Dann kommen wir zum neunten Spot und zwar befinde ich mich jetzt hier oben auf dem Gipfel bei 28-77. Das habe ich jetzt gerade hier schon angeklickt gehabt, deswegen gibt es jetzt leider keine Rundumschau. Aber ihr seht, hier oben sind wir ein bisschen neblig ist es tatsächlich und das ist hier im Übergang zum Azublauen Gebirge. Dann sind wir jetzt am zehnten Spot und zwar einmal hier auf den Koordinaten 31-27, jetzt quasi im Azublauen Gebirge. Das ist genauso im Übergang quasi. Also 32-27, Azublaues Gebirge und das können wir dann auch mal anklicken. Und ihr habt gesehen, da ist jetzt schon das Achievement aufgeploppt. Wir werden jetzt aber dennoch alle 20 Stück machen, schlichtweg um einfach auch den Ruf für alles mitzunehmen. Und ja, wenn ihr nur das Achievement haben wollt, dann ist hier quasi an der Stelle schon das Ganze zu Ende. Wenn ihr alle 20 holen wollt, dann könnt ihr gerne mit dabei bleiben. Dann sind wir am elften Spot und zwar sind wir jetzt hier beim Kobold Convent auf den Koordinaten 46-25 und hier dementsprechend auch wieder oben auf dem Turm drauf. Also ihr seht, da unten ist das Kobold Convent, ganz ganz weit oben auf dem Turm ist das Ding drauf. Dann sind wir am 12. Spot und zwar einmal hier unten bei der Instanz auf den Koordinaten 37-65 und da seht ihr, ganz oben am höchsten Gipfel haben wir dann den nächsten Spot. Ich zeige es euch vielleicht nochmal auf der Map, also wirklich hier ganz oben sind wir. Dann kommen wir zu Spot Nummer 13, da sind wir jetzt hier mal zu blauem Gebirge auf den Koordinaten 63-48 und dort ist die nächste Flagge relativ weit oben. Auch wieder ein Spot, wo man ein bisschen ätzend hinkommt tatsächlich. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier oben bei den Koordinaten 74-43 und da haben wir dann die nächste Flagge. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar bei den Koordinaten 77-18 hier relativ weit oben im Gebiet und dort haben wir dann die nächste Flagge. Dann kommen wir zum nächsten Spot, das müsste jetzt Spot Nummer 16 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe und zwar sind wir jetzt schon im letzten Gebiet und zwar einmal in Taldrassus und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 50-81. Ganz weit oben, zwischen quasi dem Artur blauen Gebirge und einmal hier Taldrassus ist der Punkt. Dann kommen wir zum nächsten Spot. Ich glaube, der letzte war 17, weil das müsste jetzt Nummer 18 sein und zwar sind wir jetzt hier in Taldrassus auf den Koordinaten 33-85 und dort quasi ganz am Rand, wo es hier zu den Klippen runter geht. Da machen wir das nächste Ding auf. So, dann sind wir auf dem Punkt Nummer 19 hier einmal über der Sanduhr auf den Koordinaten 65-74 und dort haben wir jetzt die nächste Flagge. Ihr seht, da unten ist dieses Zeitsanduhr-Dings da und wir müssen aber nicht ganz den Berg hoch, sondern es ist so ein mittlerer Gipfel, würde ich mir jetzt mal behaupten. Man sieht ihn aber, weil das so ein bisschen lila leuchtet, schon von relativ weiter Entfernung. Also das geht ganz gut, weil bis zum Gipfel hoch hätte ich es tatsächlich mit meinem Elan nicht mehr geschafft. Dann müssen wir den letzten Spot haben und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 64-56. Hier ist das, hoher Gipfel. Und das ist auch nicht ganz oben. Ich weiß jetzt auch nicht, so wirklich hoher Gipfel ist es nicht, das ist eher so ein Felsen, der da irgendwo so ein bisschen zwischendrin hängt. Und da haben wir das Teil, also hier haben wir dieses Gebäude und dann einfach zwischen den beiden hohen Gipfeln ist halt so ein mittelgroßer Felsbrocken und da ist das Teil quasi drauf. Ich kann jetzt das mal nochmal abbrechen, zeige das. Also da haben wir unten den Raid, hier haben wir das Ding. Da ist ein hoher Gipfel, da ist ein hoher Gipfel und dazwischendrin ist es drauf. Gut, dann haben wir alle, oder müssten alle 20 Stück haben. Vielleicht habe ich auch einen übersehen, aber ich meine... Ah ne, warte mal, ich habe einen übersehen. Hier ist 17. Ah, okay, wir haben doch einen übersehen, ich muss noch zu einem rüberflattern. So, jetzt haben wir den letzten, das ist der 17er gewesen, wo ich mir vorher nicht sicher war. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 45, 74 und der ist hier einfach auf dem mittleren hohen Berg. Seht's, da ist ringsrum nichts Höheres tatsächlich. Das machen wir jetzt auch noch auf. Und dann haben wir unsere letzten 250, oder wenn ihr einen Buff wie Dunkelmond-Yamak-Buff habt, die letzten 275 Ruf. Gut, damit müssten wir jetzt wirklich alle haben. Damit sind wir auch durch, sowohl mit dem Achievement, als auch mit allen Gipfeln für die Ruf-Fraktion. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.